damit hallo und herzlich willkommen zum weihnachtsvideo 2023 ein weiteres jahr ist vergangen mittlerweile mache ich das ganze hier zum achten mal und wie jedes jahr wünsche ich euch natürlich wieder frohe weihnachten mit der familie wunderschöne feiertage und einen guten rutsch ins neue jahr macht euch auf alle fälle wieder eine schöne zeit das video ist auch für mich mal wieder die gelegenheit um einfach mal danke zu sagen dieses jahr hat mir auf alle fälle wieder riesig spaß gemacht wir haben wieder viele tolle projekte gehabt und ich bin natürlich mit voller freude auf nächstes jahr wo es damit auf alle fälle wieder mal weitergeht als erstes möchte ich all denjenigen danken die dieses jahr mit an meinen videos mitgewirkt haben unter anderem dem gip gamer und dem bloody ash die in ein paar gta folgen zu gast waren hat riesig spaß gemacht hoffentlich kriegen war das nächstes jahr auch wieder hin dem jan will ich danken für das geile art projekt was wir dieses jahr wieder auf die beine gestellt haben bzw letztes jahr schon aber es läuft ja noch und da sind noch ein paar folgen der pipeline auch richtig geiles projekt wieder gewesen dem tiberius will ich danken auch er war gast in einigen gta folgen und mit ihm mache ich jetzt unter anderem auch das neue together let's play the outlast trials auch richtig geil und besonders hervorheben will ich natürlich da an dieser stelle auch nochmal den dennis vielen vielen dank für die ganzen geilen projekte dieses jahr maßgeblich beteiligt an fast allen gta folgen wir machen zusammen das let's play lego die skywalker saga wir haben ganz viele verschiedene core projekte gemacht jetzt auch wieder neu avatar was noch gar nicht draußen ist was für euch ja noch kommt die promoter fest auch dabei also dieser typ wirklich ehrenmann dankeschön an dieser stelle nochmal dafür und hoffentlich auch da geht es nächstes jahr weiter der letzte dank freunde ist aber natürlich an euch gerichtet denn videos zu produzieren bringt natürlich gar nichts wenn sie keiner guckt deswegen vielen vielen dank an euch dieses jahr war mega geil wieder mal erfolgreichstes jahr bis jetzt für diesen kanal habe ich letztes jahr auch gesagt dementsprechend dieses jahr lief besser wir haben knapp neuen abo rekord wir hatten letztes jahr insgesamt 146 abonnenten plus gemacht dieses jahr sind stand heute 151 auch stand heute haben wir die 500 abonnenten geknackt auch das war ein meilenstein den ich dieses jahr eigentlich wirklich unbedingt erreichen wollte und jetzt haben das tatsächlich punkt auf dem 24 12 geschafft das habe ich euch zu verdanken vielen vielen dank für den ganzen support das ganze jahr hinweg so viele aufrufe wie dieses jahr noch nie gehabt so viele kommentare wie dieses jahr noch nie gehabt so viele likes wie dieses jahr noch nie gehabt dementsprechend richtig richtig geil mir das anzuschauen im laufe dieses jahres hat richtig spaß gemacht eure kommentare zu lesen und zu beantworten das kann gerne so weitergehen und so blick ich auf alle fälle sehr gespannt auf das jahr 2024 auf was es uns bieten wird wie gesagt ist den ganzen support jeden tag zu sehen das motiviert einen einfach ungemein und ich hoffe natürlich so geht es dann weiter im nächsten jahr freunde ich will euch aber gar nicht länger aufhalten das soll es von diesem video auch gewesen sein hinterlasst mir doch gerne einen netten kommentar würde mich riesig freuen ansonsten natürlich wie vorhin schon angesprochen wunderschöne feiertage für euch feiert schön rein ins nächste jahr und dann würde ich sagen sehen wir uns in alter frische wieder dementsprechend bis dahin macht's gut und ciao